Das gibt es jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV. Bestes. Und ihr seht es hinter mir. Aufbau hat begonnen. Ist noch ganz am Anfang jetzt. David Gottschek ist jetzt auch eingetroffen. Wir haben gerade noch eine Practice Session. Es ist jetzt Samstag. Also Showtag und es ist laut. Es fliegen die Quad-Fahrer, die Motocrosser. Letztes Training. Aber so wie es aussieht, haben alle schon fast ihre ganzen Sachen gemacht. Es werden noch ein paar Sachen abgehackt und trainiert. Heute ist Showtag. Fühlt sich richtig geil an. Ich freue mich riesig und die anderen auch. Let's go. So. 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 Musik 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 Stand it! Slideshot, stand it! Geht das so? Kann das ein Video? Ja. Okay, gut. Ich mache jetzt gerade DIT-Party, Schrägstrich, Signing und Fotosation. Es sind schon richtig, richtig viele Leute hier durchgelaufen. Die sind alle mega heiß auf die Show. Das machen jetzt alle Fotos, Autogramme. Michi hat das schönste Autogramm, haben wir festgestellt. Genau, einfach ein M für Super-Michi. Kurze Werbeunterbrechung zum Show-Video nochmal an der Stelle. Es war einfach nur geisteskrank. Wir sind alle noch geflasht, wie cool es war. Es war ein Riesenerfolg. Danke nochmal an alle, die da waren. Es ist bei The Motion Brand Black Week und die läuft noch bis morgen, bis Montag 23.59 Uhr, wenn ihr das Video jetzt seht. Wir haben Aktionen, die will ich euch ganz kurz nochmal vorstellen. Dann geht es sofort weiter. Wir haben zum Beispiel zu allen Worldwide-Hoodies, egal ob lila, schwarz oder wir haben noch einen blauen, gibt es ein gratis Standard-Shirt obendrauf im Wert von 25 Euro. Und wir haben eine College-Jacke und auch noch einen anderen Hoodie, wo wir nicht nur ein T-Shirt, sondern den Standard-Hoodie in Wert von über 50 Euro kostenlos mit beilegen, um euch einfach was Gutes zu tun. Wer Bock hat, bei The Motion Brand zu shoppen, der soll auch was davon haben, jetzt hier zur Black Week. Und wir haben jetzt brandneu auch den 2025 Kalender rausgebracht. Den könnt ihr jetzt bestellen, den gibt es auch mit Bundles. Ja, das sind die Angebote der Black Week. Ich hoffe, es ist was dabei für euch. Und ansonsten nochmal vielen Dank an jeden Einzelnen, der bei der Show am Start war. Der Link zur Black Week ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es weiter mit dem Video aus Chemnitz Stundered Freestyle Show. Hallo Chemnitz, was geht ab? Mein Name ist Lukas Knopf und ich heiße euch herzlich willkommen zur allerersten Stundered Freestyle Show hier im Chemnitz. Ich bin mega happy, dass ihr alle da seid. Ich bin aber nicht alleine. Gegenüber von mir auf dem anderen Korm steht niemand geringeres als mein Bruder, Tipp. Und wir wollen gemeinsam die Show eröffnen. Tipp, was sagst du, wollen wir starten? Natürlich alle meine Freunde, mit denen ich über die Jahre Wettbewerbe und Schuss gefahren bin. Ich hoffe, es war ein Waffenbiker, BWX, auf unserem Mund, was auch unten mehr. Und es ist ein unbeschreckliches Gefühl in Chemnitz in der Heimatstadt, eine Show zu machen. Ich bin mega am Waffenbiker, BWX, auf dem Weg. I was still going through it, friends doing pills It ain't came faster than it should have I was Buddy Hill, shooting at a pace soon as I pull up Dropping buckets, yeah, like it's nothing In the kitchen chopping onions, yeah Tears falling down, underdog is finally overcoming Cause I'm, cause I'm dropping buckets, yeah Like it's nothing, yeah, earn my respect and burn a budget Hey, tears falling down, underdog is finally overcoming Baby, yeah, I'm dropping buckets, yeah, some cash for me, don't worry about my... Wunderschöner Wunder-Moment hier Gerade langsam rein, mit bisschen Warm-Up-Sprung Mein nächster Move ist jetzt gleich ein Flipper-Vip an dem großen Setup Ist wie Crankworks, drei vier Stunden nicht fahren und dann gleich, vollgas, geil Don't worry about my past for me, I'm driving with no gasoline It's like my lips a fantasy, yeah, I do this for my dogs All my day ones in my family, my life gon' live through them I find up in any tragedies, I hope y'all understand This shit got bigger cause it had to be I always knew I had it, but just not at this capacity I recognize the gravity, closer to the summit Snacking chips and counting nuggets I been stunting, baby, cause I'm dropping buckets Hey, yeah, like it's nothing Hboi Schubert macht den Hboi Schupperts schon Budget Tears fallen down, Underdog is finally overcoming Baby, cause I'm dropping buckets Woooo 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 Könnt ihr das sehen wie hier die Gänsehaut haben? Kann uns hier sein die Besten? Und das sieht gut aus, das sehen wir da hinten. Hier steht auch los. Alter, das ist endlich süß. Voll geil. Was ist endlich süß. Jetzt ist Flatland, Kevin Nikulski und Dustin Ives, Dustin Hohensteiner. Die sind komplett zurück. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020